Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer neuen Folge von ... Wir haben einen Assistenten hinter der Kamera, der uns gleich die Fragen stellen wird. Außerdem haben wir ein Blatt, Papier, einen Stift und ein Buzzer improvisiert. Wer die Antworten zuerst komplett hat, wird den Buzzer bestätigen. Und ja, dann gibt's wie immer am Ende eine Bestrafung, aber jetzt kommt's aufs ... Und ja, dann würd ich mal sagen, viel Glück. Und los geht's! Erste Aufgabe, die nennen wir acht Automaten. Fuck, Alter. Wie viel sind das? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19. Oh, ich hatte schon viel mehr. BMW, Mercedes, Audi, Chrysler, Bentley, Fiat, Citroën, Ford, Ferrari, Lamborghini. 1 zu 0 für mich und jetzt kommen wir zur zweiten Runde. In der zweiten Runde nennen wir fünf Bundesländer. Bundesländer? Was war das denn? Ich habe einfach einen krassen Blackout. War das Glucksymburg und so? No. No. Mh-mh. Mh-mh. No. No. No, 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 no. Okay. Du bist Belgien, Kolumbien und sowas. Nordrhein-Westfalen, Bremen ist auch ein eigenes Bundesland, soweit ich weiß. Bayern. Bremen? Ja. Bayern, Berlin ist auch ein eigenes. Sachsen-Anhalt, Mecklenburg, Vorkommand, Reichslecht. Richtig? Richtig. Runde zwei geht an mich und kommen wir zur Runde drei. Runde drei. Nennen wir fünf Namen männlich aus Bosnien-Herzegovina. Boah. Stopp. Scheiße, ich hatte vier. Bernis, Amar, Amer, Daniel und Mikael. So, die dritte Runde geht an mich. Ich habe, glaube ich, aus Glück gewonnen. Vierte Runde. Nennen wir drei Sportlerinnen aus Deutschland. Sportlerinnen. In Rinnen. Boah, ich kenne gar keine Hände. Boah, keine Ahnung, ich verfolge das gar nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Reichen schaffen wir nicht. Diese Runde hat er, den ihr verdient. Egal. Auf jeden Fall steht es immer noch 2 zu 1 und kommen wir zur Runde fünf. Nennen wir vier Bewegungsmittel. Fortbewegungsmittel. Genau. Warte mal. Fortbewegung. Was sind das? Fertig. Scheiße. Pkw, Auto, Bahn, S-Bahn, U-Bahn ist egal. Bus und Zug. Ja, 3 zu 1. Und wir kommen zur sechsten Runde. Jetzt sollten wir vier verschiedene Paar-Schnitte nennen. What? Sidecut, Boxerschnitt, Iroquese und Zopf. Also mit dem Zopf ist doch auch... Ja. Boah, was war denn das? 4-1 für mich und jetzt kommt die siebte Runde. Die letzte Runde, die nennt mir zehn Anzieh-Sachen. Boah. Oh, ich hab schon. Boah. Hose, Top, Mütze, Hut, Käppi, Schuhe, Brille, T-Shirt, Pullover und Badehose. Aber Mütze, Käppi, Hut? Das sind alles drei verschiedene Sachen. Ja. Übergibst du mir den Punkt? Ich übergebe den Punkt, aber du... Danke dir. Trotzdem, die Bestrafung jetzt kriegen wir, weil ich gewonnen habe. 4 zu 2 oder 5 zu 3 kommt drauf an, wie die Runde gewertet wird. Auf jeden Fall kommt jetzt die Rache für die letzten Bestrafungen, die ich die ganze Zeit durchmachen musste. Und ja, ich würde mal sagen, los geht's. Nichts, man. Nächst, ich laufe mit einer Spinne in meiner Tasche rum. Richtige Paranoia-Schiebter, der denkt die ganze Zeit, ich hab eine Spinne in meiner Tasche. Hier weiß man nie, die Leute wissen was selber. So, wir sind jetzt mitten in der Bestrafung angekommen. Die letzten Sicherheitsmaßnahmen werden gerade durchgeführt. Die Schutzbrille. Der hat das Schweste gemacht, roll doch mal. Oh, der ist drin. Femis, keine Angst, ich hab die Durst drin. Ohrstöpsel. Hier haben wir jetzt 50 Würmer drinne. Ich fiff nur, guck mal jetzt. 50 Würmer drinne. Hier sieht man schon einige. Die müssen wir zum Leben erwecken gleich. Da bewegen sich schon einige. Dann haben wir hier noch mal. Wie viele sind das? Sehr viele, ne? Keine Ahnung. Was sind das nochmal für Würmer? Mahnen, keine Ahnung. Nicht Mahnen, das sind auch irgendwelche Mehlwürmer. Mehlwürmer sind das. Mehlwürmer haben wir auch. Hier bewegen sich leider nur einige. Aber ich denke, gleich in der Nähe von Icon werden sich wohlfühlen und dann auch anfangen zu bewegen. Und wisst ihr, was das größte Problem ist? Wir haben Minusgrad. Es ist richtig kalt gerade. Während er sich mit den Regenwürmern jetzt beschäftigt, muss er den Song von Majo singen. Bereit? Jetzt zu, komm. Jetzt sing. Du hast einen Traum und so einige Ziele. Die Hürde ist groß. Komm, wir lernen zu fliegen. Heute bist du niemand und du siehst Träume platzen. Doch aus kleinen Sünden werden sie einwachsen. Du hast das Gefühl, dass meine Vorwürmer ist. Boah. Boah! Sing, sing, weiter. Solange die Erde schreeßt, bist du Sonja zu glauben bekam. Ahhhh! Sein Gesicht! Sein Gesicht! Sein Gesicht! Sein Gesicht! Sein Gesicht! Sein Gesicht! Ahhhh! 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 Sing, sing! Ey, da ist zu viel Ernte! Mach die einzeln rein! Ja, okay, okay! Ahhhh! Die sind auf dem Schraub! Ahhhh! Sing weiter! Und sie schießen! Blass! Komm schon! Sing! 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 Ahhhh! 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 Wie am Himmel die Sterne! Wie gehen durchs Feuer! Wie erklimmen die Berge! Ahhhh! 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 Die sind durch! Überlegst nicht von uns! Ob du es schaffst oder willst! Wenn du es zutun willst! Jeder kann fallen! Ahhhh! Was machen die da gerade?! Ahhhh! Ahhhh! Ich kann nicht mehr! Ey! Guckt mich mal an Leute! Ahhhh! 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 Scheiße! Ich kann nicht mehr! Ey! War das Bestrafung genug? Ey! Ich will nicht mehr! Niemand fängt mich auf! Bin ich auf dem Boden glatt! Jeder geht vorbei! Ich flieg alleine auf dem Asphalt! Ich hab das Gewehr! Reinstell! Okay! Okay! Achtung! Der ist der Mann! Boah, Junge. Ich hab richtig Gänsehaut. Ich spür gerade keine Kälte mehr. Ich hab's geschafft. Leute, das war mal wieder eine ganz krasse Bestrafung. Gib für diese Bestrafung natürlich einen Daumen nach oben. Aber warte mal, nicht nur einen, sondern wir würden mal sagen, diese Bestrafung verdient. Locker 15.000 Daumen nach oben. 15.000, 25.000. 55.000. Abonniert unseren Kanal, damit ihr die nächsten Videos nicht verpasst. Folgt uns auf Instagram natürlich. Und das war's, oder? Wie fühlt sich das an? Super, Lecker. Peace.